Warum lässt er das nicht fallen? Dickcake. Was? Warum lässt er das scheiß Elixir nicht fallen? Selten scheiße. Klaue Abfuck. Ich weiß. Suchen und zerstören. Haltet das Ziel. Die Web ist krass. Hast du gehört? Ja. Was? Super Kid. Da ist irgendeinen Sniper Bro, oder? Kein Gesinn. Einer noch, ficken wir den, komm. Komm. Schaltet Ihren letzten Operator aus. Superkid! Wo ist der Bastard? Wo? Jetzt komm ich auf K, oder du? Der ist bei A oder bei B. Bei B. Bei B. Wer ist da? Ich hab ihn. Ich und A oder haben alles gepickt. Nein. Das war unsere Runde, Bruder. Schiff. Da waren wir nur noch am Leben, Bro. Nur noch wir zwei. Baba. Weiter so. Neutralisiert alle Ziele. Ladungen erlangt. Boah, Bartis. Hier wird gleich jemand sein, hab ich mir viel. Okay. Die Luft ist rein. Oh! Jawoll! Super gemacht. Der hat ja eh nichts. Ah! Was ist los? Da links, da links, da links, da links. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Hinter dir, hinter dir! Seht man dich schüttet! Jawoll! Hab ihn. Jetzt pass auf, Bruder. Jetzt pass auf. Oh, wir sind gefickt. Bisschen. Du bist alleine, Bro. Gegen, ah! Digga, wie schlecht sind die? Oh mein Gott, wie schlecht! Nein! Die waren schlecht! Oh mein Gott, ich bin schon krank. Okay, peinlich. Wir sind peinlich. Sammelpunkt wechseln. Hast gesehen, wie schnell ich regiert hab heute? Ja, 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 ja. Die Zielobjekte beschützen. Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Sniper? Jo. Noch eins Sniper? Ach nein Digga, warum hab ich aufzuschießen? Ich fliege mit Nagelpistole. Hopp! Hopp! Schaltet Ihren letzten Operator auf! Weg mit sie! Feindliches Spionageflugzeug im Anflug! Eier noch! Ich hab ihn! Stark! Sehr gut! Super Kit! Macht euch bereit für einen neuen Einsatz! Sammelpunkt wechseln! Alle Zielobjekte beseitigen! Wir haben die Bombe! Feindliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet! Ich hab ihn! Habt's gesehen Digga! Fernlenkladung auf Spitz. Super! Ok Digga! Alles klar! Ja! Ja fuck! Pfff! 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 Was für Eben Digga! Mach doch Spritze du Dreck gegen die Haut! Wie immer! Ja! Pfff! 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 Nur links Oder ist der dumm? Warum reagiert der auf die Bombe anstatt auf links? Wir schlagen sie nächstes mal Ja, oh Scheiße Seitenwechsel Super-Kid Halt das Ziel Komm da immer raus Oh, die nehmen unsere Tops Wir gehen nur noch zwei Die sind noch zwei? Fick die weg Hier, hier hier links Kaffee Ich bin tot, er ist hier der Bastard Zeig diesen Imperialisten, dass das kein Zufall war Äh, lol Geht nicht Seitenwechsel Das Zielobjekt ausschaltet Bombe erlangt Oh, Scheiße Was ist da los, Bruder? Was ist da los, Bruder? Meine Granat zieht Ja Unser Team ist krass Einer noch Nur noch ein Feind übrig Ausschalten Was ist da los? Was ist da los? Ihr habt euch wie erwartet geschlagen Macht euch bereit für einen neuen Einsatz Warum? Tom, Scheiße Auf jeden Fall T-T-T-T-T-T Die Zielobjekte beschützen. Sniper, Sniper, Sniper Nein, ich habe doch gerade die Spritze genommen, Mann. Oh, was ist denn los? Du bist ein einsamer Wolf, kämpf um den Ziel. Piss dich mal, Alter. Hinter dir. Hinter... Oha! Halt euch an diese Niederlage, damit sie uns zum nächsten Sieg treibt. Oha! Sammelpunkt wechselt. Oha! Oha! Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe verloren. Nein! Wir haben die Bombe. Nein! Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Nein! Wir haben die Bombe verloren. Wurdest von Sniper gekillt? Nein! Nein, aber ich habe den mit Pump gegangen. Und ich bin gestorben. Okay. Ah, okay. Ah! Superquitt. Was ein Junkie kann man sein? Was für ein Junkie Geh nach drunter pennen, Bro Ja Superkid Geh nach drunter Geh nach drunter Baba Ein Operator weniger Komm auch da Ali 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 Ei Och Erinnert euch an diese Niederlage Damit sie uns zum nächsten Sieg treibt Ja 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 Was ist? 5, 5 Yes Sammelpunkt wechsel Super Bubabitz Das Zielobjekt bewacht Bubabubamann Was ist hell? Oh 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 Jawohl Weiter so Jungs Pick die weg diese Wichser Aha Schaltet ihren letzten Operator aus Ja moin Kommt schon wir haben kaum noch Zeit Mission abgeschlossen Die Aufräummannschaften kümmern sich um den Rest Bereich gesichert Wir haben die Kontrolle Mit Dann ہم Hes Hes Im 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 Vielen Dank.